Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo Schlogger, sei ehrlich, was sagst du zum jetzigen Sommer? Ich gebe diesem Sommer drei von fünf Sternen, aber da ist noch Luft nach oben. Ja, das stimmt. Es ist mal wieder ein bisschen wärmer, aber dann wird es wieder ein bisschen kälter und vor allem bei mir in der Region, im Rheinland, regnet es recht viel, wie ist es bei euch in Hamburg? Ja, also um hier den oft zitierten El Hotzo zu zitieren, er hat gesagt, er wünscht sich, dass jeden Tag nur ein Wetter sei. Und das ist gerade nicht der Fall. Es ist jeden Tag, jedes Wetter. Ja, aber immerhin müssen wir nicht mit Wirbelstürmen umgehen, denn Twisters ist da. Ein Prequel, ist es ein Reboot, ist es ein Remake vom Twisters-Film von 1996, den ich damals, als ich ganz jung und ganz knackig war, junger Teenager im Kino gesehen habe. Also liebe Schlogger, ich weiß ja, du bist ja ein paar Jährchen junger als ich. Hast du Twisters damals im Kino gesehen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob ich den Film überhaupt gesehen habe, aber es ist so ein Film, das kann gut sein, dass der einfach mal im Fernsehen lief und dann hat man den so einfach laufen lassen, weil ich erinnere mich an die berühmte Kuh auf jeden Fall. Ich erinnere mich an ein Gefühl von diesem Film, aber ich habe ihn auf jeden Fall nicht im Kino gesehen. Also für mich war das, um kurz auszuholen, einer der Filme, der mir gezeigt hat, welche Anziehungskraft so Filme haben. Also neben Jurassic Park, Independence Day, der übrigens zwei Wochen nach Twister dann erschien, war Twister so der Film, wo ich merkte, okay, dafür rennen die Massen ins Kino. Und das war damals auch ein relativ großer Erfolg. Ein Erfolg, der jetzt nicht so groß war, dass er irgendwie schnell fortgesetzt wurde. Es dauerte immerhin 28 Jahre, bis es jetzt soweit kam. Und jetzt haben wir ihn hier. Twisters startet am 17. Juli in den deutschen Kinos. Und hast du auf diesen Film gewartet? Nein, ich habe nicht auf diesen Film gewartet. Und ob er mich mitgerissen hat wie einen Hurricane, werden wir jetzt besprechen. Und dich auch. Ja. Ich habe auch nicht so richtig auf ihn gewartet. Ich will auch ehrlich sagen, Twisters ist jetzt auch kein Film, der so endet, dass man sich so denkt, okay, das macht jetzt Sinn für eine Fortsetzung. Weil so, also Wirbelstürme sind halt Wirbelstürme. Das sind halt irgendwie keine mutierten Aliens, die irgendwie ein Bewusstsein haben. Das sind halt einfach, das sind Wirbelstürme. Daher die Frage, hast du damit gerechnet, dass die Fortsetzung, nenne ich es jetzt mal, also Twisters, auf den ersten aufbaut? Oder war es dir eher egal? Ja, dadurch, dass ich mich gar nicht so richtig an den ersten erinnern kann. Also ich finde, es hat schon seine Berechtigung, diesen Film nochmal, Fragezeichen, neu zu zeigen. Weil er, wie du schon sagst, bestimmt bei vielen dieses Gefühl von, dafür geht man ins Kino. Irgendwie was stürmisches, Katastrophenkino, irgendwas episches. Ähm, dass man das eben nochmal zeigt, dieses Gefühl von diesem Epochalen, das ist gleich wie episch, oder? Dass man das eben nochmal versucht, ob man dieses Gefühl dann nochmal hinkriegt. Das finde ich schon in Ordnung. Ob es jetzt ein Sequel, Prequel, Reboot ist, keine Ahnung, da kann ich nicht mitreden. Ähm, was sagst denn du zu deiner eigenen Frage? Zu meiner eigenen Frage? Wie war meine eigene Frage nochmal? Ich hab's vergessen. Ja, irgendwas mit Wirbelstürmen halt. Sollen wir denn mal den Film zusammenfassen, um was es überhaupt geht? Wir können das gerne machen. Willst du das oder soll ich? Kann ich ruhig machen. Also wir haben hier die Hauptfigur Kate Carter, die ist eine Sturmjägerin. Cooper. Wie bitte? Schon der erste Fieder. Sie heißt Kate Cooper. Kate Cooper. Ah, da ist meine Quelle falsch. Buh. Ähm, Kate Cooper, die ist Sturmjägerin und ist mit ihren Kollegen am Start, reist direkt in das Herz der Twister rein oder der Hurricanes und ist auch Forscherin. Und die versuchen eben mit so einer Art Windelmasse die Stürme trocken zu legen. Das geht aber gehörig schief. Das ist der Anfang des Films. Wir springen in die Zukunft fünf Jahre und sehen Kate, wie sie so ganz typisch hat alles aufgegeben. Und wird aber von alten Kollegen zurückgeholt. Hier, hilf uns doch nochmal. Du kriegst es doch mit. Die Hurricanes, die werden immer krass und krasser. Kannst uns da bitte aushelfen. Sie lässt sich dann überzeugen und trifft dann auf diesem Wege auf, ich hoffe, der Name ist jetzt wenigstens richtig, Tyler Owens. Richtig. Richtig, okay. Gespielt von Glenn Powell hier und Kate Cooper ist übrigens gespielt von Daisy Edgar Jones. Und der ist das totale Gegenteil von ihr vermeintlich. Der ist so ein YouTube-Social-Media-Star und scheint einfach nur des Fames wegen den Hurricanes hinterher zu rasen. Und sie hat das natürlich, macht das aus heldhaften Gründen und nicht nur des Fames wegen. Deswegen werden die zwei so eine kleine Konkurrenz aufbauen und sich aber im Herzen des Hurricanes eventuell vielleicht näher kommen. Vielen Dank. Und war dann doch überrascht und ich weiß, du kannst mir diese Frage jetzt nicht wirklich beantworten, weil du den ersten Teil nicht ganz so gut im Gedächtnis hast, sage ich mal, wie ich. Aber ich war überrascht, dass sich Twisters zwar gleich ansieht, also hat den gleichen Look und das gleiche Feeling des ersten Teils, aber er wirkt nicht wie eine 1 zu 1 Kopie des Originals. Gehst du da mit oder sagst du in deinem Hinterstübchen im Kopf, sagst du, nee, warte mal, aber ich mich recht erinnere, das ist doch relativ genauso wie im Original. Ja, wie du schon sagst, kann ich nicht so viel zu sagen, aber ich fand schon, dass der Film recht frisch und modern wirkte. Ob das jetzt einfach nur ein frischer Anstrich von der alten Story ist, kann ich nicht sagen. Aber ich meine, ich habe mitbekommen, dass es in Twister doch eigentlich recht wenig Story gab und es in Anführungszeichen nur um einen Typ, der Scheidungspapiere unterschrieben haben möchte. Und hier haben wir ja die Story um diese zwei Figuren zumindest. Genau, denn die Kate Cooper, die erleidet ja am Anfang des Films eine Art Trauma. Das ist also auch ähnlich wie im ersten Teil, wo die junge Helden Hunt eben mit ansehen muss, wie ihr Vater von einem Tornado getötet wird. Ähm, hier ist passiert was ähnliches, aber was ich interessant finde, ähm, wenn dann Kate von ihrem alten Kumpel Javi, gespielt von Anthony Ramos, den hat man zuletzt in dem letzten Transformers Film gesehen, so ein bisschen zurückgeholt wird nach, äh, ich glaube, Arkansas und Oklahoma spielt das, ähm, dann gibt es ja quasi ganz viele von diesen Stormhunters. Und zwei davon sind wichtig. Einmal die, wofür dann Kate und Javi arbeitet und einmal halt diese Stormhunters von den eben schon ernannten, äh, Tyler Owens. Das sind so die unangepassten, die etwas coolen. Was ich total interessant fand zu Beginn, was mich überrascht hat, ist, dass unsere Heldin, Kate Cooper, also quasi gar nicht bei den guten Stormjägern anfängt, sondern bei den, ich mach mal hier große Airquotes, bei den Bösen. Das fand ich zu Beginn relativ überraschend und, äh, ja, auch erfrischend, weil ich damit nicht gerechnet habe. Wie war's bei dir? Das fand ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht erfrischend. Ich fand das recht klischeehaft. Also ich hab, also der Film zeigt uns ja nicht, dass das die, in Anführungszeichen, Bösen sind und die anderen, in Anführungszeichen, die Guten, sondern wir fahren da hin, wir sind auf der Seite der Wissenschaftler und dem gegenübergestellt ist die Gruppe von Glenn Powell, die eben einfach nur, wie ich schon meinte, für, um irgendwie viel Klicks abzugrasen und vermeintlich auf die Menschheit und die Natur scheißend da einfach nur hinfährt, um sich geil in den Twister zu werfen und geile Filmaufnahmen zu produzieren. Und ich fand dann diese Entwicklung dann doch sehr klischeehaft vor, und ja, ich will jetzt nicht, wie viel spoilt man da und wie viel haben wir jetzt schon längst gespoilt? Man kann ja schon verraten, dass diese eine Stormjägergruppe, zu der halt Kate zu Anfang beginnt, die verfolgen ja sehr kommerzielle Gründe, warum sie das machen. Die haben eine ganz klare monetäre Motivation hinter sich stehen, das wird ja auch klar gemacht. Und die Stormjäger rund um Tyler Owens, die haben ja, die machen zwar auch viel hier Social Media und guck mal cool, was wir alles Geiles machen und Feuerwerk in den Tornado zünden und solche Sachen. Aber die verfolgen ja wirklich eine karikative Motivation. Die wollen ja wirklich den Leuten helfen. Ich finde, daher kann man schon relativ schnell, wie ich finde, ausmachen, dass jetzt mal ganz klassisch gesprochen, die einen hat die Guten sind und die anderen sind eher die Bösen. Gut, aber das wusste ich vor dem Film nicht. Ich weiß nicht, ob man das im Trailer schon erfährt. Und das hat sich für mich in der Story erst so entwickelt. Und dann war das für mich, also für mich gefühlt eine Storyentwicklung, die ich schon hundertmal gesehen habe im Film. Deswegen bin ich überrascht, dass es dich so überrascht hat, weil mich hat es überhaupt nicht überrascht. Also nicht falsch verstehen. Ich sage jetzt nicht, das ist der größte Plot bis des Jahrhunderts. Ich fand es nur in der Hinsicht ganz erfrischend, ganz angenehm, weil damit ja so eine gewisse Dynamik noch reinkommt, weil man eigentlich erwartet, dass die Heldin und Kate Cooper wird von ersten Szene direkt als Heldin interabliert des Films. Halt bei den in Anführungszeichen Bösen. Nicht falsch verstehen. Das ist jetzt nicht Dracula, mit dem sie da fährt. Das ist es nicht. Aber man merkt schon deutlich, dass der Film auch versucht, unsere Sympathien, also die Sympathien der Zuschauer, schon sehr deutlich auf Tyler Owens und seine Crew zu jagen. Die halt wirklich, die besteht so aus, um es böse auszudrücken, liebenswerten Freaks. Die werden zwar nie wirklich ausgebaut, also ich weiß auch nicht, wie die heißen. Du hast halt die eine mit der Drohne, die eine mit dem Kauberhut, der eine, der ein bisschen älter ist. Dann noch ein Journalist und dann noch der Sidekick von Tyler Owens. Das sind Figuren, die kommen auf der Lime-Match schon ganz gut, weil die eine gewisse Ausdrucksstärke haben. Aber sie bleiben halt letztlich hohl wie ein Strohhalm. Ja, das sind halt so coole Underdogs, wie du schon sagst, Freaks. Mir fällt mir eine große Kritik an, an dem Film. Ich bin gespannt, ob dir die auch aufgefallen ist. Also wir haben hier, wie gesagt, auf der einen Seite die Wissenschaftler und auf der anderen Seite die, also die Wissenschaftler, die auch alle Doktoranden sind oder an irgendwelchen renommierten Unis studiert haben. Und auf der anderen Seite eben die Underdogs, die coolen, die aufs System scheißen und die eher so Cowboys sind. Die nennen sich ja selber auch hier Hurricane Wrangler oder sowas in die Richtung. Also die sind die Rodeo, die machen so eine Anspielung auf Rodeo-Reiten. Und im ganzen Film wird nicht einmal das Wort Klimawandel benutzt oder Klimakrise. Es wird ein Thema, dass es immer mehr und stärkere Hurricanes gibt, aber es wird nie überlegt, was ist denn die Ursache? Und ich hatte so das Gefühl, so ein Geschmäckle, dass man sich da, dass man das absichtlich gemacht hat, um sich vor irgendeiner Vogue-Bubble zu schützen oder sich das vorwerfen zu lassen. Und wenn man diese Brille sich erstmal aufsetzt und dann das Gefühl hat, hier wird so ein kleines bisschen gegen die Wissenschaftler gebasht und die Cowboys sind die coolen, da kann man sich ganz tief in irgendwas ganz extrem Vokes reinreden. Das möchte ich jetzt auch nicht, weil ich habe nach der Pressevorstellung der Dame vom Verleih gesagt, dass ich hier diese Problematik zwischen Eskapismus und man muss die Dinge aber auch beim Namen nennen sehe. Also will ich in ein Kino gehen und der Film spielt ja eben, ich glaube, was ich auch meinte, er macht halt das, was Twister 1 auch gemacht hat, er bietet dir einfach einen coolen Actionfilm an, der dich irgendwie, der dich für anderthalb Stunden, ich weiß gerade nicht, wie lange Twisters ist, ein bisschen länger unterhält und dich so ein bisschen von der echten Welt ablenkt. Das ist ja auch toll, wenn Filme das machen, aber bei so einem Film, wo es um Naturkatastrophen geht, war es für mich doch herausragend, dass eben dieses Klimakrisenthema so umschifft wurde und ich finde, das kann man hier auch durchaus ansprechen. Wie siehst du das? Ist es mir da auch aufgefallen? Ich habe es nicht vermisst. Ich finde, bei mir war es halt so, dass der Film ganz stark versucht hat, halt so ein bisschen diesen gleichen, ich sagte es schon, Look and Feel des Originals zu bewahrheiten und zu erhalten. Und im Original war es ja echt vollkommen egal, warum plötzlich überall die Würmestimme auftauchen. Das war halt einfach, ist halt so, ne? Anscheinend gibt es da in Amerika diese drei, vier Bundesstaaten, wo in irgendeinem Monat im Jahr ist halt Tornadosaison, sei es drum. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Klimading hättest du bringen können, aber ich kann echt verstehen, dass sie es nicht gemacht haben, weil dann hast du halt wieder, ich meine, du kannst es keinem Recht machen und ich weiß nicht, ob Twisters der ideale oder Twisters der ideale Film dafür ist, dieses Thema wirklich ernsthaft zu behandeln. Behandeln und lösen. Behandeln und lösen, weil ganz ehrlich, du hast es schon erwähnt, wie die halt versuchen wollen, diese Tornados aufzuhalten. Und pass auf, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe ihn im Originalton gehört oder gesehen. Ich auch. Und ich hatte damit kein Problem. Aber wenn die halt dann anfangen, ihr Wissenschafts-Science-Fiction-Blabla da runter zu rattern, dann gab es mehrere Wörter, wo ich dachte, ich weiß nicht, was die gerade sagen und dachte bei mir auch so, vielleicht geht sie gerade auf den Klimawandel ein, wer weiß. Nein, also klar, irgendwann sagen sie halt, welches Element sie da in den Twister schießen müssen, damit irgendwas mit Jod, Blabla, das ist schon okay, da habe ich auch vernommen, aber vielleicht nicht Wort für Wort verstanden. Aber es ist ja auch, also was die da teilweise für Wissenschaft verkaufen, ist ja auch total albern. Also dass die eine bahnbrechende Erfindung ist, dass man einen Twister 3D darstellen kann, indem man drei Bonitore benutzt. Wow. Also das ist echt. Das ist die goldene Dreierregel. Oder auch, wenn wir dann später halt bei Cates Alter, also bei ihrer Mutter sind und die in der Scheune da steht und du siehst dieses Modell, was sie irgendwie in der siebten Klasse gebaut hat, denkst du so, Alter, was hast du in der siebten Klasse eigentlich gemacht? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist schon, wie du sagst, das spielt alles, genau, das spielt alles damit rein, den Film, den darf man nicht zu ernst nehmen, der ist nicht in der Realität gebaut, der ist einfach nur da, um eine gute Zeit zu bieten und will einfach sich mit ernsten Themen nicht auseinandersetzen. Dafür finde ich, also ich mag die Rolle von Glenn Powell sehr, ich mochte auch die von Daisy Edgar Jones, die war irgendwie, war okay, aber dafür hätte man noch mehr auf die Tube trümmen können. Also es gibt hier keine fliegende Kuh. Es kommt einmal kurz ein Huhn vor, aber das ist keine fliegende Kuh. Es gibt Kühe, die bleiben aber auf dem Acker und ich muss sagen, folgendes, ich meine, du hast den ersten Film jetzt nicht so im Gedächtnisweg. Und ja, Twisters hat ein paar Referenzen, zum Beispiel der Sohn von Bill Paxton hat eine kleine Rolle. Und diese Maschine am Anfang, Dorothy, ist halt ganz klar aus dem ersten Twisters entnommen. Und ich sagte schon Look und Feel, aber ich für meinen Teil fand es sehr schön, dass der Film bis auf ein, zwei Sachen drauf verzichtet, mir andauernd mit diesem nostalgischen Finger zeigt, so zeigt, guck mal, wie damals im Original, oder guck mal, da ist der aus dem Original, guck mal. Das ist das, so ähnlich, war es im Original auch. Ist das nicht geil, dieses Member Berries, ne? Wenn man danach sucht, wird man es finden, definitiv. Und es gibt zumindest eine Sequenz, wo sie sich sehr deutlich auch am ersten Teil bedient haben, Stichwort Kino, zu der ich gleich noch was sagen möchte. Aber insgesamt war ich überrascht, dass der Film zwar diesen Look und Feel des ersten Teils hatte, aber erstaunlich wenig nostalgisches Fingerzeigen betrieben hat, zumindest aus meiner Perspektive. Wie war es da bei dir? Ja, das, ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Also wenn man sich drauf stützt, dass man nur funktioniert, weil man eben dauernd Anspielungen hat, wie es ja durchaus ein paar Sequels machen, vor allem moderne Sequels, dann finde ich das auch gut, dass das nicht so ist. Aber so ein bisschen Anspielungen kann man schon machen, wie du sagst, die scheinen da ja auch versteckt zu sein. Ich meinte nur vorhin auch, dass dann, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie groß der Gag-Faktor oder dass man halt ein bisschen auch schmunzeln muss im Original ist, dass man das hier eben auch noch ein kleines bisschen hätte hochdrehen können. Was du sagst, dass der Film vom Look and Feel so auf den alten anspielt, kann ich ja wie gesagt nicht beurteilen, aber vom Look and Feel kann ich auf jeden Fall sagen, dass der tolle Bilder hat, handwerklich total gut ist und dass mir die Musik auch irgendwie so prominent aufgefallen ist. Da ist sehr viel Musik im Film, ist es ganz viel, weil du hast eben diese Gegenüberstellung von Cowboys und den anderen. Also dass du ganz viel Country-Musik hast, um auch dieses Oklahoma und eben, wie gesagt, dieses Rodeo so ein bisschen zu unterstützen. Hast aber gleichzeitig auch ganz viel Filmmusik, die dann zu so Bildern gespielt wird, dass es sich schon teilweise episch anfühlt. Ob es es dann ist, kann ich gar nicht sagen, aber die Musik wirkte auf jeden Fall sehr voll von der Komposition her und auch von den Instrumenten her. Und dadurch, das passt für mich auch zu diesem, wir wollen einfach ein Film sein, der euch jetzt kurz unterhalten möchte. Ja, wer fleißiger Hörer unseres Podcasts ist, wird vielleicht wissen, dass Filmmusik und ich nicht so die besten Freunde sind. Deswegen kann ich zur Filmmusik nicht so viel sagen, außer sie ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Von daher gebe ich dir auch mal da recht. Ja, geil. Und was ich interessant finde bei dem Film, was mir aufgefallen ist zumindest, und ich könnte mir vorstellen, dass ich auch wieder alleine dastehe. Ich finde, oder anders gesagt, als der Film angekündigt worden ist, und wie gesagt, 28 Jahre seit dem ersten Zeit ist schon eine Zeitspanne. Und es wurde als Regisseur besetzt Lee Isaac Chung, der zuletzt diesen Minari gedreht hat, der ja auch einen Oscar bekommen hat für die beste Nebenrolle und auch, glaube ich, mehrere Oscars nominiert war. Und der spielt auch in diesem Setting, so Arkansas, Oklahoma, ich glaube, die teilen sich auch eine Staatsgrenze. Wenn ich die falsch liege, schreibt es in die Kommentare. Aber es ist so vom Setting her sehr ähnlich. Und ich finde, dass man sagen könnte, Twisters ist für ihn wahrscheinlich nur so ein Cash-Grab. Einfach mal ein bisschen eine große Produktion machen und als nächstes dreht er einen Film, für den er mehr brennt. Ich muss aber jetzt hier für ihn ins Feuer springen. Ich finde, du merkst, dass der Regisseur, und ich sage nicht, dass es funktioniert, aber ich finde, du merkst, dass dem Regisseur die Menschen in dem Film durchaus wichtig sind. Er hat ein gewisses Faible für Menschlichkeit. Alleine daran erkennt man es ja schon, dass die Bösen, in Anführungszeichen Bösen, ja wirklich diejenigen sind, die versuchen, die armen Menschen da irgendwie zu vertreiben, um an billige Grundstücke zu kommen. Ist dir diese Art von Menschlichkeit auch aufgefallen oder bin ich der Einzige? Menschlichkeit gegen, also, dass man ein bisschen sich für seid nett zueinander ausspricht oder um die, dass man die Charakter, die Figuren im Film so ein bisschen füttert mit Hintergrund und Emotionen? Also allgemein, dass sie zum Beispiel auch aktiv Leuten helfen. Also es gibt ja diese Szene, wo dann die Kapitalistenschweine einfach zum nächsten Tornado rasen und dann die Tornado-Wanglers so, okay, wir würden jetzt gerne auch zu diesem Tornado fahren, aber wir fahren jetzt hier links ab und helfen den Leuten in der Stadt, wo der Tornado gerade gewütet hat. Ah, das war auch alles so klischeehaft. Nein, wir müssen ihnen helfen, nein, komm, Wissenschaftlerfreund, ich überzeuge dich. Und dann Schnitt, wir sehen, wie sie ein Fotoalbum der Frau reicht. Also es war schon sehr schwarz-weiß und aufs Einfachste runtergebrochen. Und wir sollen jetzt verstehen, dass dieser Charakter hier der Gute ist. Also es ist, ich hab's schon gesehen, aber positiv war das jetzt nicht unbedingt. Es war halt eine 0815-Formel, die wir hier sehen. Ja klar, das gebe ich dir recht. Aber ich finde halt schon, dass der Regisseur auch bei den Hauptfiguren, gerade bei der von Daisy Edgar Jones, und da hat er einfach den Vorteil, dass Daisy Edgar Jones noch relativ, das ist schon eine tolle Schauspielerin, die hat so eine Natürlichkeit. Die gefällt mir echt ganz gut. Die hat diese auch schon bei dem hier Gesang der Pluskrebse, glaube ich, hieß der Thriller, wo sie mitgespielt hat. Und wie gesagt, ich finde, nur aus meiner Perspektive, dass der Film verglichen, ich muss jetzt wieder den Vergleich setzen mit dem ersten Teil, schon wirklich, und das ist vielleicht ein bisschen auch der Fehler, mehr an den Menschen interessiert ist, als an den Wirbelstürmen. Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich fand, was mich, also die Menschen waren für mich Abziehbilder. Das ist okay in so einem Film, weil du hast die Klischee-Rollen, du weißt ganz genau, was wird passieren am Ende, es ist von Anfang an klar. Und es ist auch okay in diesem Film. Ich fand schon, dass man von den Wirbelstürmen viel mitkriegt und vor allem am Anfang, wo man noch nicht so viel vom Film gesehen hat, ist man da auch direkt drin. Mich hat gestört, dass die Wirbelstürme sich auch dem Film beugen. Also die sind keine omnipotente Macht, vor der du Angst haben musst, wenn du das Gefühl hast, okay, wenn es dem Film gerade passt, löst sich dieser eine Wirbelsturm halt mal auf. Oder wenn es dem Film gerade passt, dreht der Wirbelsturm einfach weg. Oder wenn es dem Film gerade passt, rast der Wirbelsturm innerhalb von einer Sekunde ins Dorf, obwohl er in einer anderen Szene vielleicht eine Stunde dafür gebraucht hätte. Und deswegen habe ich die nicht richtig als Bedrohung aufgenommen, weil ich dachte, ja, wenn es Drehbuches will, dann, ich weiß nicht, ob das jetzt als snobistisch gilt und das nicht klar ist. Natürlich macht der Wirbelsturm, was das Drehbuch sagt, weil es halt ein fucking Film ist. Aber die fühlten sich so willkürlich an, dass sie einmal dies machen und mal das. Das ist, glaube ich, mein Problem gewesen. Also mein Problem ist tatsächlich mit dem Wirbelsturm und das möchte ich mich immer ganz klar sagen. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Technisch ist der Film super. Also ich finde, der sieht gut aus. Ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendeine Effekteinstellung ist, die mich aus dem Film rausreißt. Wirklich, von meiner Warte aus, tricktechnisch ist der wirklich sehr, sehr gut. Gut, was mir aber fehlt und wieder der Rückgriff zum ersten Teil. Der erste Teil schafft es relativ gut, diese Tornados progressiv aufzubauen. Es fängt so an mit dem ersten, der halt eben den Vater von der Heldin umbringt und dann siehst du den ersten, das ist so ein kleinerer. Und irgendwann erfährst du, hey, es gibt den größten. Das ist der F5. Zitat aus dem Film, der Finger Gottes. Und du hast schon eine Ahnung, oh, F5. Okay, krass. Bei Twisters ist es jetzt so, der fängt halt mit dem F5 direkt an und dann kommen so alle 20, 30 Minuten, also vier, fünf Mal im ganzen Film, der geht zwei Stunden, der Film, immer wieder neue Tornados, die immer wieder größer sind. Und dann gibt es sogar mal Tornados, die aus Feuer bestehen. Das klingt jetzt total aufregend und imposant, aber ich saß da ganz oft und dachte, ja, okay, tricktechnisch ist das super gemacht, aber irgendwie, es nimmt mich nicht gefangen. Ich spüre da nicht diese Art von Bedrohung. Ich merke einfach nur, ihr habt gerade, ihr versucht gerade irgendwie was Neues zu machen, sei es jetzt eben mit Feuerwerk im Tornado oder ein Brenner-Tornado, aber mir fehlt da irgendwie die ganze Zeit irgendwie die Dringlichkeit, weil bei den wichtigen Figuren, die da in einem Film mit sind, ist mir relativ klar, die werden um die jetzt noch nicht sterben. Und bei den anderen Figuren, die sich da rumtummeln, ist es halt so, ja, wenn die halt sterben, sind die halt eben tot. Das ist mir auch egal. Wie war es da bei dir? Ja, also, dass du das mit dem Aufbau sagst, da muss ich dir jetzt wirklich zustimmen. Da hast du recht, ja. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber klar, es fängt gleich mit so einem Monster-Twister an und danach sind halt Twister da oder nicht und sind, was ich meinte, sind halt bedrohlich oder nicht. Es passiert halt was oder nicht und es ist für uns völlig willkürlich, weil ein Wissenschaftler mal sagt, okay, der Löwenzahn ist in die Richtung geblasen. Also ist das jetzt hier der bedrohliche Regenschirm, der bedrohliche Twister. Okay, aber mit den Schauspielern zum Beispiel spielt ja auch Daryl McCormick mit und von dem war ich zum Beispiel überrascht, was mit ihm passiert, weil ich den eben so prominent in meinem Kopf hatte, weil ich so viele Filme in letzter Zeit mit ihm gesehen hatte oder war ich so, huch, okay, ja. Bei mir war es halt diese Kieran Schipka, die aus dieser Sabrina-Serie, die spielt ja auch mit, genau wie Daryl McCormick. Ich muss aber da auch sagen, sie ist halt, also für mich war sie halt prominenter als diese Daryl McCormick. Der war, glaube ich, zuletzt zu sehen in meinen Armen mit Leo Grande, glaube ich. Meine Stunden mit Leo. Genau, 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 genau. Dankeschön. Mit Emma Thompson. Und ich dachte mir halt schon, das wird so dieses, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber dass da sowas passiert, was halt oft so, man muss halt so die Steaks, ja, setzen, ja. Deswegen hat es mich nicht sonderlich überrascht. Es hat mich an dem Film, um ehrlich zu sagen, glaube ich, wirklich gar nichts überrascht. Wirklich gar nichts. Das war ein Film, der, ich sage es mal ganz böse, wenn du in deinem Leben Szenen und Blockbuster gesehen hast, dann weißt du, was hier passiert. Ich möchte jetzt trotzdem nicht spoilern, aber es ist ein Film und das finde ich okay. Das möchte ich ihm gar nicht jetzt antadeln, aber da ist halt nichts von, also Twister Supri wäre der falsche Titel gewesen. Ja, Twister, Twist, keine, Twisters, keine Twists. Oh Mann, jetzt habe ich es. Genau, da wir es schon von Nebendarstellern hatten, hier auch David Curran, der spielt ja auch eine Rolle, da weißt du auch von Anfang an, was dem sein Plan sein wird. Aber der ist ja auch gar nicht so klein, weil der ja den neuen Superman spielen wird. Das ist ja eigentlich ein großes, könnte potenziell ein großes Gesicht werden. Definitiv, den haben wir zuletzt auch in Pearl gesehen. Hier muss ich sagen, wenn ich eine Figur jetzt auswählen müsste aus diesen ganzen 0815 funktionellen Abziehfiguren, die mir nicht gefallen haben, dann ist es er, weil er ist halt schon so ein bisschen der Vertreter von in Anführungszeichen den Bad Guys. Aber letztlich ist er einfach nur so Typ Buchhalter und das war es dann auch. Also das war ein bisschen verschenkt, aber hey, ich glaube, es liegt dann glaube ich auch mehr am Drehbuch, wo übrigens auch wohl Joseph Kosinski mitgearbeitet hat, der Regisseur von Top Gun Maverick. Und ich finde, Twisters wirkt auch so ein bisschen wie so Top Gun Maverick. Also ein Film, der einen fast 30 Jahre alten Vorgänger hat und versucht, diesen halt zu, ja, teilweise halt zu imitieren, zu referenzieren. Bei Top Gun wurde ja auch oft gesagt, im zweiten Teil von Top Gun, dass da auch ein paar Sachen parodiert wurden. Ich muss sagen, bei Twisters habe ich jetzt Parodien nicht wirklich gefunden, wobei man könnte vielleicht sagen, es ist mit einem Augenzwinkern versehen, dass in einer Szene die Mutter einer Figur sagt, nein, meine Kühe bleiben auf der Weide und das war es dann auch. Und Glenn Paul spielt in beiden Filmen mit. Stimmt. Oh ja, stimmt. Der, das muss man auch mal sagen, der spielt ja seine, kann man das schon sagen, obligatorische Sony-Boy-Rolle, aber das macht er gut. Ja, er, ich glaube, bei uns fiel nach der PV einmal das Zitat, man fühlte sich, als wäre Glenn Paul der Einzige, der wüsste, in was für einem Film er da spielt. Weil er irgendwie, er spielt so überzogen, er spielt halt einfach perfekt das Klischee von diesem Cowboy, der dann eben ein bisschen von dieser Frau angezogen wird und die anderen nehmen ihre Rolle sehr ernst und er nimmt seine auf eine lockere Art ernst und das passt besser zu diesem Film. Ja, ich, ich mag halt die beiden ganz gerne. Also wie gesagt, die Edgar Jones hat diese Natürlichkeit und Glenn Paul, der macht wahrscheinlich in einem anderen Leben Werbung für Perlweib. Für Zahnpasta, ja. Aber du hattest noch vorhin gesagt, du würdest auf jeden Fall auf das Kino noch anspielen, nicht, dass wir das hier vergessen. Ja, das ist so ein, kennst du das, wenn du etwas siehst und dann kommt so ein Gedanke auf und der lässt sich mal los und obwohl der Film, den du gerade geguckt hast, eigentlich stupidestes Blockbuster-Unterhaltungskino ist, ist da dieses Ding und du denkst drauf rum, tagelang gefühlt. Das hatte ich bei Twisters, denn bei Twisters gibt es eine Szene gegen Ende, wo Figuren Schutz suchen in einem Kino und das ist eine, kann man auch gerne sagen, eine Anspielung auf den ersten Teil. Das ist ein Open-Air-Kino, da läuft halt eben The Shining und in diesem nicht Open-Air, sondern Indoor-Kino jetzt bei Twisters läuft halt eben Frankenstein aus den 30ern. Und ich finde, es ist irgendwie ein schönes Bild, weil zum einen suggeriert halt dieser Film so ein bisschen den Kino als sicheren Ort, was es nicht ganz ist, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist es auch ganz schön, wenn dieses Kino halt von diesem Tornado, ich sag mal, verschlungen wird oder angegriffen wird und nach und nach so in deinen Einzelteilen zerfällt, hast du halt drin die Situation, dass auf der Leinwand gerade Frankensteins Monster erwacht mit dem Wort Nitzelife und also du hast drin das von Menschen erschaffene Monster und von außerhalb das Monster von Mutter Natur. Ja, oder, wenn wir halt wieder, da dachte ich nämlich tatsächlich kurz, okay, will der Film hier durch die Blume sagen, dass es um die Klimakrise geht? Ich bin ja, klar, ich merke schon, ich weiß, wie das klingt, aber, dass ich jetzt so auf so einer Schiene fahre. Schlocki Thunberg. Aber so habe ich gedacht, okay, vielleicht macht das da ja so hinten rum, weil du hast auf der Leinwand das von Menschen erschaffene, hier von Frankenstein erschaffene Monster und im Hintergrund hast eben das von Mutter Natur mithilfe des Menschen erschaffene Monster. Und was du schon wachst, eben dieses, es ist halt Unterhaltungskino und das macht es da eben auch, dass es sagt, okay, geht doch ins Kino, wir schützen euch ein bisschen von der Realität da draußen. Und das ist auch mein großer Bogen, meine große Klammer, die ich bei diesem Film hier sehe und was man auch eben durchaus ankreiden kann, weil es eben offensichtlich um so ein Naturkatastrophenthema geht, was heute nicht mehr so lapidar vielleicht behandelt werden sollte, aber es vielleicht darf. Das ist hier etwas, worüber man diskutieren kann. Es ist auf jeden Fall, ich schleiche heimlich mein Fazit ein, einfach leichtes Unterhaltungskino. Ja, die Frage ist jetzt, ist das jetzt ein negatives Fazit oder ein positives Fazit? Weil Unterhaltungskino an sich, finde ich, ist ja nichts Schlimmes, weil ich gleite mal einfach rüber zu meinem Fazit einfach, ich möchte Twisters wirklich ganz doll lieb haben, ich möchte das wirklich, aber ich kann es nicht. Also auf seiner Haben-Seite, der ist tricktechnisch, ist der richtig gut, wirklich. Der hat tolle Darsteller und selbst wenn diese ganzen Nebenfiguren letztlich eigentlich, wie gesagt, cool sind, sie haben für mich funktioniert. Ich war gerne dabei, denen einfach zuzugucken, wie die ihr Schwachsinn machen, ja, aber ich finde halt, der Film versagt in seiner Paradedisziplin, nämlich mir in der Hinsicht zu unterhalten, dass ich denke, wow, Wirbelstürme, dass ich da irgendwie investiert bin, dass ich mitgehe, dass ich das spannend finde, was da passiert, ja, dass ich mitbibbere mit den Figuren, auch wenn mir klar ist, die werden garantiert nicht alle sterben, aber das hat er nicht geschafft. Ich habe mir das angesehen und ich war, ich war wieder gelangweilt, aber ich war auch nicht besonders großartig unterhalten. Ich habe mir das angesehen und dachte mir, okay, habe sehr lange und sehr gerne auf diesen Kino-Gedanken darum gedacht, aber letztlich bin ich rausgekommen und habe dieses Gefühl immer noch, dass es letztlich so ein Schulterzug-Film ist. Also, so ein Egal-Film. Ich fand den nicht furchtbar. Ich wünsche jedem, der mit dem Film Spaß hatte, finde ich das toll. Es ist kein Film, der grässlich ist, aber für mich ist das so ein obligatorischer 5 von 10, 2,5 von 5 Punkte Film. Irgendwie finde ich den Film auch sympathisch, aber trotz allem hat er bei mir nicht so wirklich reingehauen, sage ich mal. Oder um es anders auszudrücken, ich glaube, ich werde Twisters nicht so häufig sehen in meinem Leben wie Twister. Ja, also es ist so ein Film, hast du schon mal fünf andere Filme gesehen, wie du auch meintest, dann wird dich der hier nicht umhauen. Das ist alles vorhersehbar, es ist alles geschehhaft, handwerklich sehr gut, aber das große Problem, was wir auch schon angesprochen haben und was du nochmal unterstrichen hast und betont hast, durch den Aufbau der Wirbelstürme erstmal, dass es gleich von Anfang an der große ist und das durch, was ich meinte, ist, dass die eben einfach völlig willkürlich böse sind oder nicht, fehlt halt diese Spannung in dem Film. Keine Ahnung, deswegen bin ich so gespalten in meinem Fazit und meiner Empfehlung. Also das ist ein Film, den muss man auf keinen Fall gesehen haben, kein bisschen. Aber wenn jemand einfach sich, wir haben schon über das Wetter gesprochen am Anfang, merkt, okay, es regnet wieder, was machen wir heute? Können wir ins Kino gehen? Dann kann man hier durchaus seinen Spaß haben, denke ich. Ja, ich würde so sagen, wenn ihr großer Fan von Glenn Powell seid, geht da rein, das auf jeden Fall. Nee, da guckt euch lieber Hitman an. Ja, macht euch, genau, macht ein schönes Top-Feature, macht Hitman und dann noch den Twisters. Wenn ihr den ersten Teil kennt und mögt, guckt auch gerne den zweiten. Wie gesagt, es ist, wir haben noch gar nicht darüber geredet, ist es jetzt ein Sequel, ist es ein Reboot, ist es ein Requel, da gibt es so viele Fachausdrücke, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ja, der Film ist irgendwie alles und nichts. Halt nach Twister kommt halt Twisters, so. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Aber wenn ihr halt eben auf so Katastrophenfilme steht und dann könntet ihr damit auch eine gute Zeit haben, weil, wie gesagt, ich fand den jetzt nicht grausam, aber halt so mittelprächtig. Und auch natürlich, wenn ihr ein Fan von gelungenen CGI-Effekten seid, dann ist auch Twisters, glaube ich, für euch eine gute Wahl. Ja, aber Hirnaus, also bei dem Film muss man auf jeden Fall, da wird einem alles vorgekaut, da muss man nicht mitdenken, sollte man auch nicht zu viel. Zum Beispiel, warum fahren die denn immer rückwärts von den Twisters weg? Dreh doch einmal kurz um, das geht doch viel besser. Oder fahr doch dann bitte in die andere Richtung oder rechts von dem weg. Das ist so dieser Prometheus-Effekt teilweise manchmal, dass man, ach egal, da muss ich jetzt nicht noch mit anfangen am Ende unserer Besprechung. Und eine Sache noch, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen so, als ob der erste Teil voll das Meisterwerk ist für jegliche Synapsen im Gehirn. Nee, der erste Teil war auch dumm, wie Brot. Ja, okay. Dann, Entschuldigung, dann wollte ich hier kurz nochmal reinwerfen, dass dieser eine Furz, der mir noch quer lag. Also du wirst Schwister für 96 garantiert nicht so schnell bei Mubi oder in der Criterion Collection finden, das sollte klar sein. Gut, ich glaube, wir sind fertig hier, oder? Ja, wir sind fertig. Okay, gut, dann wird es Zeit für die Abmoderation, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt, außerdem auf unserer eigenen Webseite www.tele-Stammtisch.de. Außerdem haben wir einen Discord-Community-Server, tele-Stammtisch.de slash Discord, da findet ihr unseren Community-Server, da könnt ihr uns Plauschen, Lob und Tadel abgeben, sonst was, findet viele nette Leute, könnt mit denen über Filme und Serien reden, euch irgendwelche lustigen Memes zuschicken, das wird bestimmt ein Fest, die Schlogger und ich sind auch dabei. Und noch ein, was, du bist nicht dabei? Doch, yay, habe ich gesagt. Ach so, ich habe jetzt nay verstanden. Nee. Okay, okay. Nein, also Schlogger ist auch dabei und wenn ihr ganz ehrlich sagt, boah Mensch, die Schlogger und der Stu haben hier schon so ein bisschen über Sachen geredet, die irgendwie keinen Sinn ergeben, ich empfehle euch die aktuelle Folge Schocker mit Schlogger, Folge 7 zu dem Thema John Carp und das Vampire, da geht es auch um die Frage, wie kompliziert kann es eigentlich sein, Vampire zu töten, ihr findet die Antwort dort, das war ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin jetzt hier fertig mit meiner Werbung, jetzt hört ihr noch die Werbung von Schlogger, bevor ihr das aber macht, sage ich Tschüss und Schlogger bitte, deine Bühne. Okay, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt, hier kommen, ja, es war jetzt ja Twisters ohne Twists, auch jetzt kommt kein Twist, es kommt das gleiche, was ihr von all unseren Besprechungen, wo ich dabei bin, kennt. Mein Name ist Schlogger, ich bin Autorin und Comiczeichnerin, findet ihr alles auf Schlogger.de oder auf Social Media unter dem Handel TheSchlogger, überall wo es Likes gibt, da wo ihr auch den Tele-Stammtisch findet oder ihr rauscht direkt rüber in den Schlogger-Shop und kauft einfach direkt blind meine Sachen, finde ich gut. Ich schicke sie euch dann mit dem nächsten Harry Kane rüber und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Besprechung wieder dabei seid. Tschüss. Du schickst mit dem Harry Kane? Ja, da kann ich, ich pfeife einen her und schmeiße die Post rein und der wirbelt ihn dann zum Besteller hin. Wer sich schon mal wissen wollte, was die Hexe von Os heutzutage macht, hier war die Antwort. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.